Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Let's Play, ähm, ja, hier, man sieht es schon, ähm, Prince of Persia Wir sind das letzte Mal hier gestorben, ich erinnere mich gerade nicht, aber egal Wir machen einfach weiter und, wow, das war knapp Und wir schlagen uns weiter durch, äh, diese Fallen Und wir müssen zu Malik Und, äh, ja, probieren wir es einfach mal Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier irgendeine Scheiße baue Oh, hallo, meine Freunde Äh, okay, jetzt muss ich mich kurz überlegen, wo lang ich denn soll, soll ich hier lang, oder? Probieren wir es aus Jo, sieht ganz eindeutig noch aus Oh, hallo Äh, dir möchte ich doch mal Bekanntschaft schließen Ah, das ist aber nicht so gut versteckt, wie ich eigentlich erwartet hatte Ähm, jetzt können wir gleich wieder hier hoch Genau, wunderbar, dann können wir den ganzen Scheiß nochmal machen Also, auf geht's Und, äh, probieren wir mal, ob wir das diesmal richtig hinkriegen Also, ja Auf geht's Und ein Gebäude weniger Ich befürchte ernsthaft, dass unser erster End, also, äh, unser erster Boss werden wird Oh, man Oh, man Danke Ah, kann zu, duuua, ha, 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 ha Oh, hi Okay Okay, mein Tuch Wo hab ich das denn jetzt gemacht? Alter Was ist denn jetzt kaputt? Ja, ich bin, muss erstmal reinkommen, Entschuldigung Ich bin gerade Was ich immer mal ausprobieren wollte, ist Ja, so ist schön Ein paar Special Moves zu machen Ich brauche dringend Leben Leben Mehr Leben Mehr Leben Gut Wenigstens ein bisschen was Ah, da sehen wir auch schon einen Schalter Und Guck mal Und, oh Wunder, damit geht ein Tor auf Das ist doch nicht zu fassen Das ist doch nicht zu fassen Ja So Okay Da sehe ich schon Oh Gott Ich sehe schon Ich sehe Böses Und Wir wollen noch Soldaten Vom Eindringen Von irgendwelchen Sachen hindern Aber na Warte ich mal, bis das oben ist Und Auf geht's Sehr schön Und wir wollen mehr Leben Mehr Leben Und mehr Leben, bitte Danke Volles Leben Wunderbar Und eine kleine K10 Als hätte ich's nicht geahnt Hallo, mein Freund Ah, jetzt ist die Frage Was? Der rammt mich einfach um Jetzt den Rücken Ich hatte recht Okay, er ist noch nicht ganz tot Aber Oh, da So Ich kümmere mich jetzt erstmal so ein bisschen um den Komm ich da nochmal drauf? Nicht wirklich Danke, dass du für mich die Dingerzeit erpasst Scheiße, hat mich erwischt Aber das sieht ja eigentlich relativ simpel aus Ausweichen und dann von hinten angreifen Fertig Die soll wieder anständig ausweichen Dann durfte es mal ausweichen Aber damit ist ja Geschichte Hm Jo, also Geschichte ist er Das ist schon richtig Aber irgendwie Naja Habe ich mich ein bisschen oft von dem treffen lassen Wie ich finde Das war gar nicht mal so So gut von mir Ich war da schon ziemlich schlecht Aber naja Gut, also hier ist er gerade gestorben Upgrade verfügbar Wird mir gerade angezeigt Ach, geht weg, Maus Ähm Ich kann nur in Energieslot 6 Für wir in 6. Energieslot sind so Aha Lebensenergie natürlich Aha Steinrüstung Gut, ich bin Naja, finde ich sinnlos Die Feuerspruch finde ich irgendwie auch sinnlos Ich werde glaube ich erstmal hier hingehen Was ist das? Kraft der Zeit Upgrade Er wird die Zeit, die du rückgängig machen kannst Wenn du die Kraft der Zeit benutzt Oh Cool Schön Schön Sehr schön Ja, sehr schön Äh Ach, verdammt Ich weiß, was ich falsch gemacht habe Okay Lebe Okay Ah Okay, ich sehe auch schon, was ich da machen muss Und Oba Und jetzt Irgendwie war das Okay, so Ich muss ja ein bisschen lernen hier Damit ich hier irgendwann So schnell sein kann, wie sonst wer Ja Dann Mach doch hin Gut Gut, hier wird gespeichert Ich habe aber nicht vor Jetzt schon Oh, scheiße Ich glaube ich Jetzt Scheiße Hat das gut funktioniert Okay, wunderbar Ach du Scheiße What the fuck Ja Ja, richtig gut und sowas, Leute Uff, tata, ja Jetzt übertreibt das mal wirklich ein bisschen hier Kleine Statuen im Hof Die Angreifer müssen beim Anblick der Kreaturen den Rückzug angetreten haben Das kann ich gut verstehen Ja Kann ich auch verstehen Da war eine Ah Da war eine Statue Da wollen wir natürlich gleich hin Wenn wir wieder hier ein bisschen mehr Leben haben Oh fuck Ich habe es gerade erst gesehen Ah, was ist denn, wie komme ich da hinten hin? Oh fuck Weg Weg Schön Das hat doch einigermaßen funktioniert Das ist doch wunderbar Und jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen Wie ich hier runterkomme Also irgendwie komme ich da hin, das weiß ich Verarsch mich nicht Verarsch mich nicht Oh verdammt Mal die Taste Irgendwie muss ich da hin kommen Das machen wir mal rückgängig Ja, wir sowieso schon noch genug Leben Äh, wenig genug Leben haben Ich will da aber hin zu dieser Statue Irgendwie will ich da hin Okay, machen wir es erstmal so Gehen wir erstmal da in die Mitte Jetzt gucken wir mal, wie wir da zum Teufel hinkommen Aha 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 Seht ihr So blöd ist der Hedi nämlich nicht Der Hedi hat's gereilt Wunderbar Und dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Zusatzleben Wunderbar Zack Ja, hau ruhig daneben Oh, da gibt's Oh, da gibt's Da gibt's ja echt Relativ viel EP Das ist ja gar nicht mal so schlecht Hallo Fallen lassen Fallen Danke Jo, wunderbar Weiter geht es Aber diese Nadelfallen, die gefallen mir gar nicht Irgendwie sind die stärker als zuvor Und schneller vor allen Dingen Das gefällt mir nicht So, was ist das? Was betätigt dieser Das klemmt Aha, es klemmt Jetzt Klemmt's nicht mehr Okay Probieren wir's Oh doch Funktioniert doch Oh je Okay Das sieht ja nach einem halben Rätselspaß aus Okay, weiter geht das denn nicht? So Gucken wir erstmal, ob was das hier bewirkt Okay Also so So ist das hier wieder weg Dann drehen wir das hier Aha So, und da das jetzt funktioniert Kann ich jetzt auch jeder hier draufklippen Aha Siehe da, siehe da So, und jetzt Ja, ich muss da gleich eh nochmal neu drauf Aber jetzt muss ich erstmal wissen, wohin ich überhaupt muss Ähm Weil das ist mir Für mich noch nicht ganz so durchsichtig Wo ich jetzt gleich hin muss Hä Jetzt bin ich gerade entweder doof oder Ja Slogan